Na, das sieht... Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Doch, guck doch mal, das abgefuckte Haus dahinten an da oben, die Etage, die da fast weg ist. Komm. Sieht schön aus, ja. In einem Gebäude? Oder wo ist das? Ja, sieht fast so aus, ne? Nee, drumherum. OPD. Da ist auch noch das Ding da, ne? Hier wieder so'n, so'n, so'n Kontrollpunkt, der ist schon wieder eingenommen worden. Da müssen wir auch lang. Wollen wir den einnehmen eben, dann ist der auch weg. Ja, sie wissen ja. Zweimal, ne? Ja. Du hast zweimal. Ja, einmal einnehmen und dann verteidigen, ne? Ja, ist auch kein Problem. Ja, das dauert ja noch. Machen wir mal eben. Wir sind Division Agents, wir kommen in Frieden. Genau. Eine ganz friedliche Mission haben wir vor. Und zwar sieht die jetzt so aus, die Mission. Ja, da geht's schon ganz zusammen. Ja, das geht da ab, ey. Ach, mein Gott. Wir fliegt nur alles in der Luft, ey. Ja, ehrlich. Ich hole mal Alliierte, ne? Ja, mach mal. Ja. 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 Na, wo ist er denn? Da kommt der Angelaufe. Guck mal. Wie so ein Hasel rennt da. Ohohohoho Haseee! Ja wir sind doch noch nicht fertig! Da sind doch noch ein paar Vögel hier Aua Ich komm mal zu ihnen, ne? Ja So jetzt verteidigen Ja ist das schon soweit? Guck mal schon Ich glaub wir haben einfach die Seiten zu schnell gewichtet Du hast keinen Plan! Denn wir haben den Masterplan Ja Jawoll Jetzt müssen wir den verteidigen Ich muss mal eben da runter Registriere zusätzliche Feindkontakte Okay Gehst du auf die andere Seite? Äh auf die andere Seite? Oder bleiben wir hier zusammen? Ja wir bleiben hier zusammen Okay dann bleiben wir hier Äh die kommen von hinten? Scheiße Das ist schlecht Oh ja da sind sie Da wird mich auch noch umgehen Ja Rechts 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 Da Da Wo ist mein Magazin? Schwer gepanzerter Feind erkannt Na wo ich soll denn? Hä? Wo ist denn der Schwer gepanzerter Feind erkannt? Was? Was ist der Schwerprofus? Ich habe eine große Verpflichtung Ich habe versucht, die Schwerpunkte zu sehen ich habe das nicht Du hast du, wirst 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 du dich das war's ja wohl eingenommen so hier ist doch nachschub raum jetzt glaube ich hier irgendwo komm doch mal ja ich bin gerade am spenden wie du spendest ich bin die lesele so wo soll er sein komm mit komm mit wie bist du denn da bist du bist denn da hingekommen ich wünschte tata ui na da haben wir aber tolle sachen gekriegt einmal nachschauen bitte was haben wir bekommen meine damen und herren da haben wir was ich krieg du siehst aber jünger aus danke danke aber es ist echt ein ding ne dass ich was ist los er hat ein 55er alter wo ist denn das ich habe doch alles irgendwie ich nehme die einfach mal was nimmst du was nimmst du alles gut so jetzt gucken wir mal ich verkauf sowieso wieder fast alles die nehme ich warum machen sie das weil ich es nicht brauche verstehen sie ich habe eine kiste bekommen ich mache eine kiste auf die kiste ist open die kiste ist das verstehe sie ein hemmd das natürlich auch in kink naja gut ist das mal eben schnell so ok wir können weiter ok wir müssen jetzt noch eben kurz einmal nach rechts rüber da hat einer was fallen gelassen da muss ich mal eben kurz einsammeln und zwar hier hinten da ist was ich weiß nicht ob für sie auch was ist oder ne bei mir net ok ja und dann was denn was war da genau den machen wir jetzt ähm darf ich mal eben kurz was fragen an sie ja kann das sein dass wir jetzt zehn minuten gebraucht haben kann das sein ja 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 bin auch so angezeigt so richtig ne 10 minuten ich dachte schon ich hätte ja wieder irgendwo auf stopp gedrückt nein nein alles gut weil kann ja so im gefecht kann das ja vorkommen ja ja nein 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 dass man da mal irgendwie eine falsche taste drückt deswegen habe ich mich ich habe es aber nicht bekommen du hast es mir irgendwie weggenommen was es ist weg oh es tut mir leid naja ist ja bei ihnen normal sie müssen ja immer sich drauf stürzen auf alles jetzt kriege ich das wieder jahrelang vorgehalten ja das kann sein das kann sein dass sie das jahrelang auf die suppe sagt man das so ich war nur schneller manche machen ja oh guck mal hier ah elektronisches gerät erkannt wo ist das hier bei mir natürlich sind das feinde hier nö 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 da oben irgendwie ne hä oh ich hörs hä ich hörs doch ich hab's gehört ich war immer russer zu bringen ich hör das auch nur ich siehs nicht hä verbündeter kontrollpunkt in er muss genau vor mir sein ich hab's schon grad gehört sogar du 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 ich hör das auch oh 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 hier ist ein Elch wo ist das denn hä Moment mal wahrscheinlich hier oben drauf ja da ist es doch ich hörs doch da oben drauf wahrscheinlich kommt man wahrscheinlich von hier dann nicht dran ja aber von hier doch irgendwo ist das gebäude oh 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 hier ist ne waffen waffenkiste ja hier liegt einfach mal eben ne waffenkiste geil ah ok ja aber wie kommen wir da hoch rätsel über rätsel Moment da ist ne leiter da geht ne leiter hoch auf diesen komischen was ist denn jetzt los ach da bei den außenposten werden die schon wieder angegriffen? mhm das ist doch immer so bei den außenposten ich glaube die leiter kommen wir nicht durch mal hier die außenposten komm wir auch nicht hoch hä wie kommen wir dann an die rätsel über rätsel? hä? wie kommen wir denn dann an die rätsel? Rätsel? ich habe keine ahnung ich kann es dir nicht sagen ich kann es dir nicht sagen ja wir müssen das gebäude ja los vielleicht finden wir es noch aber es hat die soll hier sein nein hier soll das sein hier am lkw was so johannes recht ja los dann müssen wir wieder reinkommen untergrund eingang in der nähe oder so nicht dass ich wüsste wir gehen wir hier um kommen sie mal mit moment ich komme zu ihnen gelaufen da waren wir auch schon mal hier waren wir doch drinnen wir haben nicht nach dem sd gesucht da liegt er ich bin mir da nicht so ganz sicher das a hier liegt hier muss irgendwo sein ich hab dort markiert wir kommen aber hier nicht hier ist der sd der ist außerhalb der ist irgendwie hier unten komisch ne aber wo wir wissen es nicht läufst du immer gerne im kreis ja ne ja die sind so ein kleiner kreisläufer ne ja aber handball haben sie nie gespielt ne nein ja ok dann verstehe ich wo ist denn der ausgang ja den suche ich auch gerade ja wie sind wir hier reingekommen hier ist der ausgang glaube ich hier ja so da soll er sein so hier irgendwo ist der sd das ist wahrscheinlich einmal ums komplette gebäude rum ja da sind wir reingekommen hier muss der sein der ist am lkw ja hab ich doch gesagt aber wo andere seite wenn man doof ist ist man doof ne ja manchmal hast du deine barmherzige seite entdeckt das sind anständige leute in einer notlage es gibt viele anständige leute in notlagen auf dieser insel ich meine geben wir den auch eine eskorte vielleicht ja da hinten wenn ich es für richtig halte und ich hab nichts zu sagen den holen wir uns noch den nehmen wir noch mit den nehmen wir noch mit also go wenn wir danach noch was anderes finden dann müssen wir dann auf später verschieben das stimmt allerdings dann sind wir mit dem zweiten gebiet hier durch ne das ist der hammer oder ja ja geht ziemlich schnell ne oder mhm dann holen wir uns den aaron die sie arbeiten die ich muss ja hin einsam hier das ist doch unsere die technik aber sie behaupten sich verschärften sie es sich nicht mit denen so los geht's ihr haltet da alles schön sauber ihr weitermachen Und wenn ihr nicht weiter wisst, ruft die Division. Genau, GTF auch genannt. Ja, Leute, seid ihr gerade am Suchen? Jawohl. Okay, mein Freund, wer bist du? Ich wollte nochmal fragen, ähm, die, ähm... Ja, der wird dir aber nicht antworten. Einer von uns, boah. Lass ihn in Ruhe, lass ihn schlafen. Ach, du Scheiße. Weiter so! Weiter so, Jungs. Wir zählen auf euch. Perfekt gemacht. Machen sie wieder die Türen zu? Was mir fehlt, ist ein Auto. Ein Auto hier, oder ein Motorrad, oder sowas. Wollen sie denn da? Kommen sie eh nicht voran hier. Mit so einem Cross-Motorrad kommst du locker durch hier. Äh, warte mal. Achso, da ist das. Warum sagst du immer, warte mal zu mir, warte so das. Versteh' das nicht. Was ist das Safehaus da? Ja, bewacht ihn mal, das ist gut. Auch mal immer nach oben gucken, ob da irgendwo mal so ein Fallschirm hängt, ne? Hm. Äh, wer? Was? Oh. Oh! Einfach mal reinholzen in die Gruppe. Einfach reinholzen hier. Genau, wir füü- So, weg Issa. Weg Issa. Okay, weiter geht's. Ihr repariert. Was reparierst du hier? repariert hier wird hier da mein fragezeichen das war schon natron ja nein da sind wir wieder voll reingerannt Dankeschön, Herr Hobson. Ey, was ist denn das hier? Aber schön hier. Aber alle hinnerweise nicht. Guck mal, die ganzen Kerzen. Meinst du nicht? Hier geht's weiter. Das war ich doch schön. Jetzt kommt wieder ein Rätsel. Wie schön hier. Ja, schön.